Video auf meinem Kanal und mal wieder zu einer Folge Clash of Clans. Ich will nur kurz, ich werde nur einen Angriff machen. Oh, es tut mir leid, ich bin in Österreich. Wir hatten heute das Turnier, morgen fahren wir leider wieder nach Hause. Hab ich überhaupt Truppen ausgebildet? Ne, hab ich vergessen. Ja, shit. Bilde ich einfach mal 60 Larkis aus. Ja. Ey, Junge, wie langt man? Ey, Leute, dann gehe ich mal in mein zweites Warf. So kann ich es verbessern. Okay, ich mache einfach mal einen Angriff. Boah, ich muss mich kratzen. Was hab ich denn noch alles? Ne, Riese passt schon. Passt schon. So. Jetzt kriegen die Kanone down. Die Riesen sollten... Ja, genau. Und jetzt drauf. Äh, nee, der hat mich noch genommen. Sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Ich bin zurück vom Kar... Ähm, von diesem kurzen Karakter. Der Karam ist endlich zu Ende. Und wir greifen noch mal einen an. Nein. Okay. Uh, das war sogar gut. Leute, okay, das verliere ich aber. Uh, den Kamp verliere ich. Jetzt verlieren wir. Okay, Leute. Das war es auch leider schon wieder von diesem kurzen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihn dann drum da. Macht's gut. Cheerio und ciao, Mädda.